Ich steh' vor euch mit meinen alten Träumen. Also die Message, wir ziehen in den Frieden, bringen wir hier auf die Straße. Finden wir super, dass wir bei dem Projekt mit Udo mit dabei sein können, weil man eben draußen an den Leuten direkt ist. Jeder kennt Udo, denke ich mal. Er steht ja auch für was. Er ist politisch immer schon aktiv gewesen. Das ist ein richtiger Charakter. Komm, wir ziehen in den Frieden. Der Liener Straßenkünstler kam die Idee auf, dass sie im Fiesgleich ein anderes Gestalten, ein neuer Gestalten, aber sie ist inspiriert durch meine Zeichnung. Fiesgleichen sind bestehend aus der Menschenfamilie. Kinderkurser bei Kids on Stage. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich, am Würde und Rechten geboren. Sie sollen aneinander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Wir möchten auch, dass überall in der Welt Frieden ist. Weil so viel Krieg und so viel Leiden in der Welt, finde ich, ist sowas mal eine gute Sache, um ein bisschen Frieden reinzubringen und zu zeigen, dass wir alle stark sind. Also ich finde diese Aktion einfach nur pflicht und einfach geil. Wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir ziehen in den Frieden.